Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge von Final Fantasy 7, das Original von 1997, Leute, wir sind jetzt noch immer im Shinra Hauptgebäude, kommen wir da noch irgendwann einmal raus oder nicht, ich weiß es nicht, na sicher, eh demnächst, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Leute hier oben holen, wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass der Präsident von Shinra tot ist. Werden wir noch kämpfen weiterhin oder nicht? Gibt es hier oben noch Feinde? So, los geht's Leute, da kommt der Bruder, der Rufus, der Bruder auch. Hm, war sie feierlos also tatsächlich hier? Übrigens, wer seid ihr? Ich bin Hosti, ehemals Soldier erster Klasse. Ich bin von Avalanche. Gleichfalls. Ein Blumenmädchen aus den Slums. Ein Forschungsobjekt. Der Rufus, der Bruder vom Präsidenten. Buntes Tee. Oh, also, ich bin Rufus, Präsident von Shinra Inc. Präsident, weil er war ja der Vizepräsident, so ist es gewesen, der Vizepräsident von Shinra. Jetzt nennt er sich Präsident. Du bist nur Präsident, weil dein Dad gestorben ist. Der Vater, genau. Haben wir ja in der letzten Folge gesehen, ja, ich hab nicht reingeschaut mehr in die letzte Folge. Genau, ihr werdet euch meine Antrittsrede anhören. Vater wollte die Welt mit Geld beherrschen. Es hat funktioniert. Die Bevölkerung hat gedacht, dass Shinra sie beschützen würde. Arbeite bei Shinra und nimm den Lohn. Wenn ein Terrorist angreift, dann hilft dir Shinras Armee. Sah von außen perfekt aus. Ja, aber ich mach das anders. Ich werde die Welt durch Furcht regieren. Die alte Methode ist zu umständlich. Das glaub ich nicht. Ein bisschen Furcht kann die Herzen der Menschen lenken. Wozu Geld für das Pöbel verschwenden. Er hält gerne Reden, genau wie sein Vater. Ja. Haut mit Herr Juh aus dem Gebäude ab. Was? Ich erklär's später. Crappy. Das ist die wahre Krise unserer Welt. Was zum Teufel soll das heißen? Ich sag's dir später. Vertrau mir einfach. Ich komme, sobald ich mit ihm fertig bin. Gut, Horst. Jetzt muss ich alleine kämpfen, oder was? Oder bin ich jetzt die andere Gruppe? Eine Vierergruppe? Ja, jetzt laufen sie weg. Horst! Mir ist gerade was eingefallen. Ich warte auf Horst. Schnell, alle zum Aufzug. Kommt's. Geht's, 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 geht's. Hm. Von nun an wird's ziemlich heikel. Wir sollten unsere Ausrüstung überprüfen. Okay. Lauras Materia. Entfernen. So lassen. So lassen, weil ich hab's erst, äh, geändert. Hab's erst, äh, geändert. Ich warte auf Horst. Schnell alle zum Aufzug. Okay. Schnell zum Aufzug. Wir müssen runter, Leute. Schätze ich mal. Ja, natürlich. Oh. Oh. Da fahren wir jetzt mit dem Aufzug. Und haben Gegner. Hahaha. Ah, jetzt. Oh, Leute. Leute. So. Greifen wir mal an. Da brauchen wir sicher sehr viel. Zu weit weg. Zu weit weg. Ah, wir müssen mit Zauber agieren. Wir können nicht. Der ist zu weit weg. Schade. Feuer. Hat er kein Feuer? Der hat ja keine Zauber. Oh, da muss der Creppy alleine. Zu weit weg. Ah, Leute. Wir müssen hier mit Zauber agieren. Zusatzartillerie. Limit. Wer hat Limit? Der Creppy hat Limit. Reißzahn. Ja. Reißzahn. Feuerball. Feuerball. Heißzahn. Heißzahn. Der ist einmal hinüber. Der war ja nicht so extrem. Nein, der ist noch nicht hinüber. Der ist zu weit weg. Und so weit weg. Leute, ich muss hier mit Zauber agieren. Ich habe doch Zauber eingestellt. Der Zauber ist bei der Tajur nämlich nur... Die Heilung. Zu weit weg. Hauptartillerie. Oh Leute Feuerball Zack Zu weit weg Heilender Wind Heilender Wind kommt jetzt dran Ja Sehr cool Na ja gut Aber der ist ziemlich Ja ich kann nur Mit dem Crappy angreifen Zu weit weg Zu weit weg Wellenartillerie Oh Leute Werde am wenigsten Leben Crappy Reißzahn Da kann ich nur auf die Limits warten Leute Der Red Komm Red Heilung auf Crappy Sensor 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 Kanone Ist geladen Ja ich weiß Wellenartillerie Ja wieder Crappy Aufgeladen Ja der ist einmal erlegt Ja Ja wahrscheinlich kommt noch so einer Oh Leute Ja da kommt noch einer Der alle ist zu weit weg Super Zu weit weg So So sie ist wieder Lebendig So jetzt kommt sie dran Sie ist zu weit weg Das sind ja so viele Heilung Sie wird heilen Sie ist die Heilerin Schusslinie Schusslinie Feuerball Feuerball Ja AB-Kanone Zu weit weg Okay Reißzahn Das kann er machen Heilung Das hat sie auch Limit Heilender Wind Ja Ja der Crappy Greift an Zack 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 Kann man nicht machen Ich weiß Dass es dir nichts hilft Jetzt kommt der Heilerin Rinds Ja Das hat Fliegender Bohrer Der zieht viel ab Gegenmittel Geht das Ja Der ist so lästig Der kleine Feuerball 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 Ja der ist erledigt Kommt jetzt noch einer oder? Ja Nein Kommt nicht mehr Zwei Gegner Tötersegel Mindblow Musril Armband So und jetzt ist da oben geht's weiter Öffnet das Menü Materie innerhalb der Truppe mit Wechseln austauschen Mit Startbeenden Na schon wieder Öffnet das Menü Materie innerhalb der Truppe mit Wechseln austauschen Raub Alle Nein Nebenwirkung Mit Wechseln austauschen Es ist jedes mal diese Dinge ich weiß überhaupt nichts was Wechseln taste ist das könnten sie ja schreiben mit Startbeenden ins Menü weiß ich wie man gehen Und zwar so Dann Materie innerhalb der Truppe mit Wechseln austauschen Mit Startbeenden Leute Ich verstehe da gar nichts Materie Hier habe ich Materie Raub haben wir da fertig Na ja Mit Wechseln austauschen Ruh Ruh Räh Eisenreif Eisenreif haben wir da Müssri Lahnband Das Müssri Lahnband hat Analyse Analyse Start beenden Analyse 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 Ich schaue ihn an. Ich schaue ihn an. das ja leute ich finde das jetzt gleich heraus so dann müssen wir glaube ich auf ordnen drücken tauschen beschützt einen freund der angegriffen wird der jahr hat befehlsmateria feindtechnisch was brauchen wir da zauberma der genesung dann kreppi hat gar nichts im moment gewitter haupt analyse so mit start beenden ok tauschen kreppi feindtechnik Schraubanalysik Feindtechnik haben wir da. Ja, jetzt habe ich das. Leute! Feindtechnik. Tauschname hier. Mit Start beenden. Super, Leute. Ja. Immer wieder Probleme. Was ist Start? Start. Was ist Start? Start-Taste. Tauschen. Tauschen. Schuss. Beschuss an den Freund, der angegriffen wird, brauchen wir nicht, weil ich alleine bin. Taoyua hat Materiowaffe, Rüstung. Analyse, Genesung. Fantechnik. Ja, aber das werde ich in der nächsten Folge rausfinden irgendwie, Leute. Es ist eh schon Ende mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der 24. Folge wieder, wo wir das alles geklärt haben und gegen diesen komischen Kautz hier wahrscheinlich kämpfen müssen. Gegen den Rufus, gegen den jetzigen Präsidenten von Shinra, der vorher Vizepräsident war. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sare wie immer. Game over. Und ciao. 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 Ciao.